Yo Leute was geht ab? Willkommen zu meinem Squad Builder. Ich zeige euch ein brasilianisches Skillteam, das nicht so teuer ist und ja, fangen wir mit dem Torwart an. Im Tor haben wir Fabio, guter Torwart, also der schnellste Torwart im ganzen Spiel. In der rechten Verteidigung haben wir Fagner, er hat 3 Sterne Skills, ist auch ein guter Spieler, ist sehr schnell. In der Innenverteidigung haben wir Didi, 81 Tempo, in der Innenverteidigung ein sehr guter Spieler, richtiger Tank. Der andere Innenverteidiger ist Naldo, auch schnell, aus der Bundesliga Werder Bremen. In der linken Verteidigung haben wir Julio Cesar, hat 4 Sterne Skills, hat einen sehr guten Weitschuss und FH-Schuss hat er auch. Im zentralen Mittelfeld haben wir Morais, 5 Sterne Skills, guter Silberspieler. Im rechten Mittelfeld haben wir Rafinha, er hat leider nur 2 Sterne Skills und die anderen 5 Sterne Skiller, Michael Leite und Danielinho, die waren mit zu teuer. Und deswegen, er macht seinen Job, kann gut flanken, ist schnell und deswegen habe ich ihn benutzt. Es gibt gar nicht so viele Rechts-Mittelfeldspieler aus Brasilien. Im linken Mittelfeld haben wir Michelle Bastos, sehr guter Schuss und auch 5 Sterne Skills. Im zentralen Mittelfeld haben wir Neymar, sehr guter Spieler, kennt ihr alle bestimmt, mit viel Tempo, mit viel Dribbling, 5 Sterne Skills. Der andere zentralen Mittelfeldspieler ist Lukas, auch sehr schnell, sehr flinker Spieler, ist klein, hat einen guten Schuss und ja, im Sturm. Haben wir Rafinha Subic, auch 5 Sterne Skills, gute Stats, Dribbling, Tempo 81 und ja, mit denen habe ich sehr gute Spiele abgeliefert und würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, also wenn es euch gefallen hat und mich abonniert und ja, haut rein, ciao.